Das Beste in unserer Firma ist, dass wir ein besonders gutes Betriebsklima haben, sowohl mit den Kollegen als auch mit dem Chef. Am meisten Spaß macht mir die internationale Zusammenarbeit mit den verschiedenen Kunden. Für mich als Freistädterin ist es besonders super, dass ich keinen Stau in der Früh habe. Vielen Dank!